Hallo und herzlich Willkommen. Ein grobes Vorurteil besagt, im 5 GHz Band funkt WLAN schneller, aber im 2,4 GHz Band funkt WLAN weiter. Der neue AVM Fritz Repeater 1200 AX kann natürlich beides, 2,4 und 5 GHz. Seine schnellste Seite, bei 5 GHz, haben wir schon im letzten WLAN-Video ausführlich analysiert. Jetzt kommt noch eine kleine Nachmessung für das 2,4 GHz Band. Und am Ende ein Vergleich der beiden unterschiedlichen Frequenz-Bänder. Zuvor ein kurzer Rückblick. Im 5 GHz Band kann ein guter WiFi-6 Laptop tatsächlich fast 1000 Megabit netto aus dem kleinen Fritz Repeater bei 5 GHz herausholen. Allerdings nur auf kurze Distanz, also an Messpunkt 1. Schon im zweiten Raum ging der Durchsatz, im 5 GHz Band, grob gesagt, auf die Hälfte herunter. Rot ist der Download, grün ist der Upload. Hier eine Original-Messkurve aus einer Download-Wanderung im 5 GHz Band. Man sieht, der Netto-Durchsatz wird mit jedem Zimmer schlechter. In Raum 3 wird es schon langsam, in Raum 4 und 5 kam der komplette Abriss. Die Upload-Wanderkurve im 5 GHz Band sieht ähnlich aus. In Zimmer 5 kam gar kein Durchsatz mehr. Das heißt, ein einziger Repeater allein, an einer vorsätzlich ungünstigen Stelle, links oben in der zweigeschossigen Wohnung, schafft es nicht, die ganze Wohnung durchwegs mit 900-1000 Megabit zu versorgen. Aber bei einem UVP von 89 Euro kann man ja mal überlegen, wie viele AVM 1200 AX es denn gemeinsam schaffen würden. Rechnen wir mal nach. Würden wir jedes Zimmer der Wohnung mit einem gesonderten Fritz Repeater 1200 AX für 89 Euro ausrüsten, dann hätten wir quasi überall fast 1000 Megabit Nettodurchsatz. So eine lückenlose Vollversorgung würde dann 5 mal 89 ist gleich 445 Euro kosten. Würden wir nur jedes zweite Zimmer der Wohnung mit einem eigenen Fritz Repeater 1200 AX für je 89 Euro ausrüsten, dann hätten wir quasi überall knapp 500 bis knapp 1000 Megabit Nettodurchsatz. Am besten würden wir zu diesem Zwecke Zimmer 2 und Zimmer 4 mit einem 1200 AX Repeater ausrüsten. Das würde, grob gesagt, 2 mal 89, also 178 Euro kosten. Die geringe Reichweite im 5 GHz Band lässt sich also durch eine Mehrzahl an Repeatern im AP-Modus kompensieren. So macht der Fritz Repeater 1200 AX am Ende eine recht gute Figur, denn 89 Euro pro Stück sind ein Moderatorpreis für die gebotene WLAN-Leistung. Will man jedoch eine 4 bis 5 Zimmer Wohnung mit einem einzigen WLAN Repeater komplett alleine über 5 GHz High Speed versorgen, dann schafft ein AVM 1200 AX das nicht. Und auch kein anderer. Nun schätze ich die Frage, ob ein AVM 1200 AX nicht über das 2,4 GHz Band mehr Reichweite holen würde. Nun ja, ich sage es ganz ehrlich, ich messe und arbeite ungern im 2,4 GHz Band, weil es in dicht besiedelten Gebieten schon schrecklich überlastet ist. Man bräuchte für störungsarme Messungen im 2,4 GHz Band ein alleinstehendes Haus auf einem großen Grundstück ohne Nachbarn, was ich mangels Reichtum aber nicht besitze. Oder wenigstens eine große, lange Tiefgarage. Tatsächlich nutzen mehrere große Medienportale die Tiefgarage ihres Verlages als störungsarme WLAN-Testumgebung. Das kann man machen, um hohe Messergebnisse zu bekommen, ist aber nicht maximal praxisnah, weil die meisten Leser und Videoschauer halt nicht in einer Tiefgarage leben. Unsere Wohnung, alias WLAN-Testumgebung, liegt in einem durchschnittlich bebauten Stadtviertel. Die Anlage hat Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. In diesem Screenshot sieht man meine FRITZ!Box 6660 Cable, deren WLAN ich während der Messungen sowieso abschalte. Darunter das eigentliche Testobjekt, also den FRITZ!Repeater 1200 AX. Die weiteren WLANs dieser Tabelle funken aus der Nachbarschaft in die Testwohnung herein, die können wir nicht selber abschalten. In diesem mäßig verschmutzten 2,4 GHz Band kam, über fünf Zimmer hinweg, diese rote Download-Kurve zustande. Die fünf gelben Pfeile entsprechen den fünf Zimmern. Rechts vom fünften Pfeil sieht man die schnelle Rückwanderung nach Zimmer 1. Hier fällt auf, dass das Gespann aus WiFi-6-Laptop und WiFi-6-Repeater auch noch außerhalb dieser Grafik den Speed sehr lange nicht mehr hoch schaltet, obwohl wir schon längst wieder in Zimmer 1 direkt neben dem Repeater stehen. Ich habe das vor einigen Jahren mal als Kleben in den unteren Gängen bezeichnet. Ende 2021 gibt es diesen unerwünschten Klebe-Effekt wohl immer noch. Sogar bei brandneuen WiFi-6-Funkern. Und das, weiß Gott, nicht nur bei AVM. In dieser grünen Kurve sieht man die Upload-Wanderung von Zimmer 1 bis Zimmer 5. Also das Senden vom Laptop zum Repeater. Rechts vom fünften Pfeil begann die schnelle Rückwanderung bis ins Zimmer 1. Und hier ist die Speed-Kurve zur Abwechslung auch wieder ganz schnell hochgegangen. Genau so soll es sein. Allerdings spielt sich die komplette Kurve weit unterhalb von 50 Megabit netto ab. Hier die Gesamtsicht auf das 2,4-Gigahertz-Band. Rot sind die Downloads, grün die Uploads. Man sieht, die schwierigen Zimmer 4 und 5 werden zwar noch versorgt, aber mit einem sehr geringen Durchsatz. Allerdings reichen die 2,4-Gigahertz-Werte auch im fünften Zimmer gerade noch zum Mailen, Chatten und Surfen. 4K-Videokonferenzen sollte man jedoch besser in den vorderen Zimmern machen. Oder den Repeater in die Mitte der Wohnung stellen, was wir hier nicht machen, damit die Teststrecke nicht zu einfach wird. Ein Blick auf beide Frequenzbänder gleichzeitig, 2,4 und 5 Gigahertz, macht es überdeutlich. Die Vorteile des REP 1200 AX liegen im 5-Gigahertz-Band, und zwar bei kurzen Distanzen, also in Zimmer 1 und 2. Sogar Zimmer 3 versorgt der AVM 1200 AX via 5 Gigahertz besser als über das vermeintlich reichweitenstärkere 2,4-Gigahertz-Band. Erst in den Räumen 4 und 5 macht der 1200 AX bei 5 Gigahertz schlapp und das 2,4-Gigahertz-Band schafft hier noch eine Art Notversorgung. Immerhin besser als gar nichts. In dieser Tabelle sind zusätzlich die Durchsatzwerte in Megabit pro Sekunde eingeblendet. Der Gesamtschnitt über alle Messungen in allen zwei Bändern liegt bei knapp 163 Megabit. Bei solchen praxisnahen Kurven klafft immer eine große Lücke zwischen der Realität und den viel höheren Maximalspeed-Werten in den Pressemeldungen, auf den Werbepackungen und in den Handbüchern. Deshalb ein kurzer Blick auf die konkreten WLAN-Einstellungen beim Test. Gemessen haben wir mit den ab Werk empfohlenen Funkkanaleinstellungen, also mit der Automatik. Konkret hat sich der FRITZ!Repeater 1200 AX beim Test im 2,4-Gigahertz-Band den Trägerkanal 1 ausgesucht. Ausgeliefert wurden die ersten Exemplare des FRITZ!1200 AX im Dezember 2021 mit der Router-Software FRITZ!OS 0729. Mit dieser Version haben wir hier getestet und gemessen. Nur ein paar Stunden nach den letzten Messungen hat AVM dann schon die nächste Software-Variante FRITZ!OS 0730 ausgespielt. Damit ist dieser unser Testbericht schneller veraltet, als wir ihn überhaupt publizieren können. Am Ende noch die Frage, wie sehen andere Tester, andere User und erste Käufer den AVM 1200 AX? Am 4.Advent 2021 war der FRITZ!Repeater 1200 AX bei Amazon zwar schon als lieferbar gelistet, es gab aber noch keine einzige Bewertung durch echte Käufer. Auch in den großen Technik-Medien und auf YouTube waren am 4.Advent echte Testberichte ebenfalls noch schwer zu finden. Einzig die Computer-Build hat offenbar sehr früh und schnell getestet. Und klingt schon fast begeistert. Der hoch WLAN-kompetente und sehr geschätzte Autor Patrick Skorupa attestiert unter anderem hohes Tempo bei 5 Gigahertz. Da stimme ich voll zu, aber nur auf kurze Distanz. Einfache Einrichtung und Bedienung? Jawohl, das ist eine große Stärke von AVM. Geringer Stromverbrauch? Ja, definitiv. Die gemessenen 3,6 Watt im Standby sind gut. Tempo bei 2,4 Gigahertz nur solide? Okay, das ist eine sehr charmante Formulierung. Bleibt am Ende noch zu hoffen, dass AVM die Reichweite in der Software noch etwas besser hinkriegt. AVM ist ja dafür bekannt, dass sie ihre Produkte oft über Jahre hinweg immer wieder mit neuen FRITZ!OS-Versionen auf Peppen und Jung halten. Hoffentlich bleibt das noch lange so. Weitere Infos und technische Daten zum 1200 AX findet Ihr in meinem Unboxing-Video. Zum FRITZ!Repeater 6000, dem ersten, stärksten und teuersten WiFi-6-Repeater von AVM, gibt es einen ausführlichen Messtest, in dem ich auch meine WLAN-Messmethoden viel ausführlicher beschrieben habe. Außerdem gibt es ein Video, in dem ich die Vorteile von LAN-Brücken hinter FRITZ!Boxen erkläre. Am Beispiel eines FRITZ!Repeaters 6000, hinter einer FRITZ!Box 6660 Cable. Die Tipps und Anleitungen lassen sich aber auch auf andere Repeater und WLAN-Router übertragen. Das war's für heute. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere, so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.